Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video soll es darum gehen, welche Bilder eigentlich druckbar sind, welche Qualität man dafür benötigt und was es dabei zu beachten gibt. Digitale Fotos kann man ja mit verschiedenen Geräten aufnehmen. Da ist zum einen natürlich die digitale Kompaktkamera, die Sie natürlich kennen. Dann, wenn Sie etwas mehr Geld in die Hand nehmen möchten, dann kann man auch mit der digitalen Spiegelreflexkamera fotografieren. Und auf der anderen Seite, da kann man natürlich mit dem Handy Fotos machen. Das macht ja heutzutage fast jeder. Und wenn Sie ein solches Gerät besitzen, auch mit dem Tablet, kann man natürlich mit der eingebauten Kamera Fotos machen. Man kann diese Geräte im Prinzip unterscheiden zwischen echten Kameras, also Geräten, die wirklich zum Fotografieren gebaut wurden, und solchen anderen Geräten, die eben unter anderem eine Kamerafunktion besitzen, wie das Handy oder das Tablet. Und das wirkt sich natürlich auch ein bisschen darauf aus, wie die Qualität der Bilder ist und welche Bilder sich dann später auch vernünftig ausdrucken lassen. Klassische Formate zum Ausdrucken sind 10x15, ein normales Foto, wie man es zum Beispiel in ein Fotoalbum einkleben würde, oder 13x18, wenn man ein etwas größeres Foto haben möchte. Natürlich sind die Bilder, die man mit der digitalen Kompakt- oder Spiegelreflexkamera macht, wunderbar geeignet, um sie in diesen Formaten auszudrucken. Die Qualität dieser Kameras reicht natürlich vollkommen aus, um ein Bild in dieser Größe in vernünftiger Qualität zu drucken. Etwas anders sieht es da allerdings schon aus bei den Handys und den Tablets. Zwar werden auch hier die Bilder, die diese Geräte machen können, immer besser. Damit man wirklich ein Bild, das mit einem Handy gemacht wurde, allerdings in diesen Formaten ausdrucken kann, in einer vernünftigen Qualität, sollte es schon ein recht neues Gerät sein. Wir sagen grob, dass das Gerät neuer als von 2010 sein sollte, wenn es um ein Handy geht. Und bei den Tablets, da sehen Sie, habe ich das Ganze mal in Klammern gesetzt, denn da ist die Kamera meistens noch etwas schlechter als in den Handys. Mit ganz neuen, topmodernen Handys kann man natürlich auch wunderbare Bilder machen. Wenn allerdings, wie gesagt, die Geräte etwas älter sind, dann wird es schon schwieriger, die Fotos danach auch in vernünftiger Qualität ausdrucken zu können. Woran liegt das? Schauen wir uns mal hier dieses Bild an und stellen wir uns vor, dies wäre ein Bild, das wir uns auf dem Handy-Display gerade anschauen und das mit dem Handy aufgenommen wurde. Sieht das Bild auf dem Handy möglicherweise gestochen scharf aus, aber wenn man das Bild dann auf den Computer übertragen oder ausdrucken möchte, dann sieht man, dass das Bild ganz verschwommen ist und auf einmal gar nicht mehr so schön aussieht. Das liegt daran, dass die Handys eben die Bilder nicht mit einer so großen Auflösung aufnehmen können. Das Ganze fällt aber auf dem kleinen Display des Handys gar nicht so sehr auf. Erst wenn man sich ein solches Bild dann auf dem Computer anschaut oder das Ganze dann mal auf einer DIN A4-Seite ausdruckt, dann merkt man, dass die Qualität dafür dann doch nicht ausreicht. Und das wirkt sich natürlich vor allen Dingen dann aus, wenn man größere Bilder ausdrucken möchte, also hier zum Beispiel im DIN A4-Format 20x30 cm sind das ungefähr oder im Poster-Format 60x40 cm oder darüber hinaus. Wenn man Bilder in solch einem großen Format ausdrucken möchte, dann sollten die Bilder schon mit einer richtigen Kamera aufgenommen sein. Mit einem Handyfoto wird man hier keine zufriedenstellenden Ergebnisse bekommen. Das Ganze hängt zusammen mit dem Begriff des Megapixel, den Sie vielleicht auch schon einmal im Zusammenhang mit Kameras gehört haben. Ein Megapixel steht dabei für eine Million Bildpunkte. Das sind also die einzelnen Punkte, aus denen sich ein Bild zusammensetzt. Und je mehr Bildpunkte man hat, desto größer kann dann später auch das Bild ausgedruckt werden. Handys und Tablets nehmen ungefähr mit 1 bis 5 Megapixeln Bilder auf. Das hängt natürlich ganz stark vom Gerät ab und auch vom Alter des Geräts. Ganz aktuelle und teure Modelle können auch schon Bilder mit noch mehr Megapixeln aufnehmen. Und normale Digitalkameras, die nehmen Bilder mit 10 bis 20 Megapixel oder sogar noch darüber hinaus auf. Und wie gesagt, je mehr Megapixel einem zur Verfügung stehen, desto größer kann ein Bild später gedruckt werden. Wobei man auch nicht sagen kann, dass die Megapixel alleine für die Qualität des Bildes verantwortlich sind. Denn auch die Linse und auch der Sensor in der Kamera spielen hier eine wichtige Rolle. Aber das geht schon zu sehr ins Detail. Als letztes möchte ich Ihnen noch etwas zum Thema Bildern verkleinern sagen. Schauen wir uns einmal dieses Bild hier an, das ich hier mal von einer Entenfamilie gemacht habe. Und dieses Bild liegt jetzt in meinem Computer in einer sehr hohen Auflösung vor. Es wurde also mit sehr vielen Megapixeln aufgenommen, mit einer tollen Kamera. Und ich möchte das Bild per E-Mail verschicken und das Bild dafür etwas verkleinern, damit ich es schneller versenden kann. Wenn ich das mache, dann werden einige Bildpunkte sozusagen aus dem Bild entfernt und dabei für immer gelöscht. Weil das Bild insgesamt aber auch kleiner wird, fällt das nicht auf. Das Bild sieht immer noch sehr, sehr schön aus, sind aber eben Informationen aus dem Bild entfernt worden. Das Bild setzt sich jetzt aus viel weniger Bildpunkten zusammen als das Bild davor. Es ist also einfach kleiner, wie man allgemein sagt. Ein solches Bild kann ich jetzt allerdings nicht wieder einfach vergrößern. Denn wenn wir uns mal anschauen, was dann passiert, wenn ich ein solches Bild vergrößere, dann sieht das plötzlich so aus. Man kann die einzelnen Bildpunkte hier schon fast sehen. Das Bild ist also unscharf, verschwommen, verpixelt, wie man auch sagt. Das liegt daran, dass man eben einmal gelöschte Bildpunkte aus einem Bild, das passiert beim Verkleinern, dass man diese nicht wieder einfach herstellen kann. Stattdessen werden einfach die vorhandenen Bildpunkte vergrößert und das Resultat, das man dann hat, ist ein unscharfes, verpixeltes Bild, wie man umgangssprachlich sagt. Auch solche Bilder, die einmal verkleinert wurden, lassen sich also nur schwer ausdrucken, denn wenn man diese großflächig ausdruckt, dann tritt genau dieser Effekt ein, den Sie hier gerade sehen können. Denken Sie daran, wenn Sie Bilder verkleinern oder zum Beispiel verkleinerte Bilder per E-Mail erhalten haben, dass man diese nicht einfach wieder groß zaubern kann. Denn es gibt eine kleine Zeitenoberatung in Witz und die Vielen Dank.